von den Arten des Guten und den verschiedenen Verhaltensweisen. Wenn die Nacht anbricht oder ihr den Abend erreicht, hindert eure Kinder daran, hinauszugehen. Denn die Schayatin verbreiten sich in dieser Zeit. Doch wenn eine Stunde der Nacht vergangen ist, lasst sie los, schließt die Türen und sagt, im Namen Allahs. Denn die Schayatin öffnen keine verschlossenen Türen. Verschließt eure ledernen Wasserschläuche und sagt, Bismillah, im Namen Allahs und bedeckt eure Gefäße und sagt, Bismillah, im Namen Allahs. Selbst wenn ihr irgendwas auf sie legt und löscht eure Lampen.